Das ist ein Dodge Ram, aber Ram ist ja mittlerweile eigenständig. Ist ja egal, wir haben jetzt 5.7er Ram hier. Neu, was für ein Baujahr denn? Neu, ne? Aktuelles Ding, ja. So, den haben wir jetzt laut gemacht. Zwischen den Bayern-Tage. Obwohl wir eigentlich Urlaub haben. Aber für Sonderkunden, außer Schweiz, machen wir das natürlich. So, also, wollen wir was machen? Eine Runde fahren. Ja, okay, fahren wir, komm. Ja, okay. Ram. Ram. Für die Stadt ist das richtige Gefährt. Klein, handlich. So, jetzt hört er sie an wie so ein Pickup. Wie ein American Pickup. Ja, hört sich männermäßig an, ne? Vorher war es wie ein Staubsauger. Boah, ey, ich komme mir gerade vor wie ein Usa. Ne? Da hören sich alle so an. Ja, ich würde sagen, läuft, ne? Jetzt kann er aber entspannt durch die Schweiz rollen. Was ist das für ein Motor? Ein Fünfer-Siebener Hemi. Ein Fünfer-Siebener Hemi. Ja, der braucht halt ein bisschen, ne? Ja, der braucht halt ein bisschen, ne? Ach ja. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Peace. Tschüssi. Tja, tja. Musik 있는